So, guten Morgen meine Damen und Herren, entschuldigen Sie die Verspätung, ich war noch kurz beim anderen Meeting, das lange gedauert hat. Wir können heute leider wieder nicht auf der Tafel arbeiten, ich bin noch nicht ganz so mobil, aber wenn wir Glück haben, nächste Woche, mal schauen, deswegen werden wir heute wieder die Slides nehmen. Aber ich freue mich Ihnen zu erzählen, dass heute wahrscheinlich, ich sage mal, die aufregendste Vorlösung ist, diese im Bereich der Regelungstechnik erstmal hören werden. Grund ist, heute werden wir über Regelungen im Zustandsraum reden und alle Regelungstechnikvorlesungen, die ab heute hören werden, wir haben zehn andere Vorlesungen, werden alle von den Konzepten anfangen, die wir heute anschauen, nämlich Regelungen im Zustandsraum. Also in gewisser Weise ist es heute essentiell für alles, was wir nachher machen. Ja? Ja, ich glaube, ich kann es probieren. So, nehmen wir das andere Mikro. Okay, ist das besser so? Wunderbar. Gut, dann fangen wir doch mal an. Regelsystem im Zustandsraum. Wir werden uns heute anschauen, die Zustandsrückführung, also sprich wirkliche Regelung im Zustandsraum, Feedback, Control und diverse Twists davon, nämlich Referenzsystem, Integralregelung, Zustandsschätzung, Dualität, Beobachter-Design und Separationsprinzip. Okay. 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 Wir beginnen mit der Zustandsrückführung. Und zwar, was ist das Prinzip? Bisher haben wir uns Regler angeschaut, wo wir den Ausgang nehmen und ihn durch einen linearen Filter, einen PD-Regler, zurückfilter auf den Eingang. Heute schauen wir uns Regler an, die proportional Regler sind, linear proportional als Funktion des Zustandes. Also ein Regler, der die Format U ist minus K mal X, wobei X das Zustandssystem ist. Und wie ich Ihnen heute zeigen werde, mit dieser Zustandsrückführung können Sie im Prinzip alle Regler designen, die wir bisher designt haben und auch noch wesentlich weitere. Also was ist das Prinzip? Wir schauen uns einfach erstmal ein States-Best-System an. X Punkt ist F von X plus GU. Wir nehmen an, wir können alle Zustände messen. Das ist erstmal die Annahme für die erste Hälfte der Vorlesung. Wir können alles messen. Wir werden das nachher relaxen gegen andere Vorlesungen, wenn wir beobachten die sein. Wir können also den Zustand X messen und wir führen ihn zurück über ein negatives proportionales Feedback. Minus KX, wobei K in der Matrix ist. Und wie Sie sehen, wenn wir das machen, können wir die Zustandsmatrix ändern. Nämlich von F auf F minus GK. Und wenn wir das K schlau wählen, können wir im Prinzip diese Matrix design, wir wollen. Wir können wieder Pole platzieren und ähnliches. Wir werden auch sehen, wie wir diese Matrix optimal wählen können in der nächsten Vorlesung. Wie Sie sehen, wenn wir diese Zustandsrückführung haben, können wir auch die charakteristische Gleichung der Closed-Loop-Matrix ändern. Die ist nämlich gegeben als Detonante SI minus F minus GK. Und die Idee, die wir jetzt in dieser Vorlesung erstmal anschauen, ist, können wir diese Matrix so wählen, die K-Matrix, sodass wir die Pole beliebig hinschieben können, wo wir sie denn hätten. Die Pole dieser Closed-Loop-Matrix. In der nächsten Vorlesung werden wir anschauen, wie können wir diese Matrix K wählen, sodass wir ein optimales Feedback kriegen. Optimal im Sinne von, dass wir einen quadratischen Integralfehler minimieren. Schauen wir uns erstmal diese Frage an. Natürlich die erste Frage, die wir klären müssen, ist, können wir das überhaupt? Können wir alle Pole hin und her schiften? Und wenn ja, wie? Wir werden uns zuerst die zweite Frage anschauen, nämlich wir nehmen an, wir können die Pole hin und her schiften und dann werden wir uns eine Bedingung herleiten, wann das funktioniert. Fangen wir an mit einem Beispiel. Das Beispiel lässt sich sehr leicht verallgemeinern. Wir haben hier einen ungedämpften Oszillator, System zweiter Ordnung, also das hier im Frequenzbereich S² minus Omega 0². Also wir haben hier zwei Zustände, hier ist ein Integrator, hier ist ein Oszillator mit Frequenz Omega 0. Wir würden gerne diese beiden komplexen Pole verschieben auf zwei reelle Pole mit minus zwei Omega 0. Dieses System wäre dann stabil. Das heißt, wir wollen natürlich die Frequenz verdoppen und die Dämpfung von 0 auf 1 erhöhen. Machen wir doch einfach mal genau diesen Ansatz, U ist minus Kx und überlegen uns, wie müssen wir das K wählen, sodass wir das Ziel erreichen. Also das gewünschte Polynom des geschlossenen Kreises, das beide Pole bei minus Omega 0 hätte, wäre 2 Omega 0, wäre S plus 2 Omega 0². Was wir ausschreiben können, S² plus 4 Omega 0 S plus 4 Omega 0². Das wäre das gewünschte Polynom des geschlossenen Kreises. Die charakteristische Gleichung des geschlossenen Kreises errechnet sich aus SI minus F plus GK, die Determinante davon. Wir können das in dem Fall leicht ausrechnen. Wie Sie sehen, das System, das wir uns anschauen, ist sogar gegeben in Regelungsnormalform, wenn Sie sich daran erinnern, von der letzten Vorlesung. Wir haben hier eine 1 und hier unten haben wir das charakteristische Polynom. Der Eingang wird auf den zweiten Zustand. Wenn wir jetzt diese Determinantenrechnung ausführen, wie Sie sehen, das K1, K2 kommt durch diese 0,1-Matrix rein, sprich es wird direkt diese zwei Elemente hier verändern. Sprich wir können direkt das charakteristische Polynom mit diesem K1, K2 verändern. Wir können das Ganze durchrechnen, was ergibt die Determinante und wir kriegen diese Formel. S² plus K2S plus Umgang Null Quadrat plus K1. Und jetzt sind wir im Prinzip fast schon fertig. Wir müssen nur noch Mix und Nutsch machen, einen Koeffizientenvergleich. Das ist das charakteristische Polynom des geschlossenen Kreises. Das ist das gewünschte. Und jetzt können wir K2 und K1 bestimmen. Als K2 ist 4 Omega 0 und K1 ist 3 Omega 0 Quadrat. Und voilà, Sie haben Ihren ersten Zustandsregler designt. Linear proportionales Feedback, Koeffizientenvergleich, wir können die Koeffizienten K bestimmen. Wie schaut die Impulsantwort aus, wenn wir uns das anschauen? Natürlich hier im Gedämpfenfall, beide Trajektoren konvergieren schön mit Asymptote E hoch minus 2 Omega 0 T und der Regeleingang konvergiert auch. Was Sie zu erwarten ist, weil wir die Pole auf Realteil minus 2 Omega 0 gesetzt haben. Wie läuft das im Allgemeinen? Nehmen wir mal an, wir können das System transformieren auf Regelungsnormalform. Sie erinnern sich vielleicht von letzter Vorlesung, dass es möglich genau dann und nur dann, wenn das System auch steuerbar oder regelbar ist. Falls das System steuerbar oder regelbar ist, können wir immer diese Regelungsnormalform finden, in der die Koordinaten sind, dass die Systemmatrix, die F-Matrix, einfach eine Integratorkette hat und in der letzten Seite steht das charakteristische Problem der F-Matrix. Der Eingang geht durch den letzten Entry-Line. Also die G-Matrix, die Input-Matrix ist einfach 0, 0, 0 und 1. Hier steht das charakteristische Problem, wenn ich jetzt hier G mal K nehme, dann kriege ich eine neue Matrix, die genau hier K1, K2, K3 und so weiter hätte. Sprich, ich kann all diese Koeffizienten verändern, wenn ich in der Regelungsnormalform bin. Wie schaut das im Konkreten aus? F-Gk, also G ist die Matrix 0, 1, K ist einfach ein Zeilenvektor, K1, K2 und so weiter bis Kn. Schreiben wir das hin und wir kriegen diese Systemmatrix, geschlossene Kreise, wie Sie sehen, das ist auch eine Regelungsnormalform. Hier ist die charakteristische Gleichung dieses Systems. Und wie Sie sehen, können wir jeden einzelnen Koeffizienten durch K ändern. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eine gewünschte charakteristische Gleichung hätten, die so ausschaut. S hoch n plus Pn, ja, Pns hoch n minus 1 plus und so weiter plus P2s plus P0 gleich 0. Wie Sie sehen, können wir dann einfach Mix und Match machen, Koeffizienten vergleichen und können aus den gewünschten Polen direkt die Ks berechnen. Sprich, sobald das System in Regelungsnormalform ist, können wir die Pole hinschieben, wo wir sie gern hätten, des geschlossenen Kreises. Und warum kommen wir in Regelungsnormalform? Genau dann und nur dann, wenn das System steuerbar ist. Also in unserem Fall können wir jetzt hinschreiben, wirklich ein Theorem. Entschuldigung. Das heißt, wenn das System steuerbar ist und genau dann und nur dann, wenn das System steuerbar ist, können wir die Pole beliebig platzieren durch das Feedback minus Kx. Und das wirklich funktioniert über den Koeffizienten vergleichen. So können wir jetzt praktisch Regler im Zustandsraum designen. Sie sehen, das wäre ein Proportionalregler. Das wäre das Äquivalente von P-Regler im Frequenzbereich. Schauen wir uns noch ein anderes Beispiel an. Dieses Beispiel ist ein bisschen komplizierter und hat einen kleinen Twist, wie Sie sehen. Also A sehen Sie, das Beispiel ist nicht in Regensnormalform. Wir können es dahin transformieren, aber lassen wir das mal. In dem Fall ist das Beispiel gegeben in Beobachtungsnormalform. Die Pole hier, das wären die Koeffizienten des charakteristischen Polynoms in beobachtungsnormalform. Und Sie können sehen, dass die Pole, die diese Koeffizienten ergeben, wären die folgenden. Die Pole hier wären P1 gleich minus 3, P2 gleich minus 4. Diese zwei Pole würden Ihnen genau diese Koeffizienten ergeben. Was ist in der Inputmatrix, in der B-Matrix? In der Beobachtungsnormalform sehen Sie hier die Nullstellen. Hier sind sie B1, B0 und so weiter, die Übertragungsfunktion. Wie Sie sehen, haben wir hier eine Nullstelle bei Z0. Das ist die Nullstelle. Das sind die Pole. Okay, vielleicht können Sie sich in der letzten Vorlesung daran erinnern, haben Sie mal angeschaut, die Eigenschaft, dass Systeme ihre Steuerbarkeit oder Beobachtbarkeit verlieren, wenn wir gemeinsame Pole oder Nullstellen haben, die sich eventuell kürzen. Tun wir mal konstruktiv ein Regler designen. Vergessen wir mal, was wir gelernt haben in der letzten Vorlesung. Und dann sehen wir, ob das wirklich der Fall ist. Wie Sie sehen, werden wir die Reglenergie, wir brauchen gegen endlich gehen. Okay, das ist ein System. Wir spezifizieren einen geschlossenen Kreis, der gewisse Übertragungsfunktion hat, eine gewisse Übertragungsfunktion oder in dem Fall charakteristisch Pronomen. Einfach ein System mit Dämpfung, 2 C der Omega ist Dämpfung und Omega-Quadralis-Frequenz. Tun wir das mal einsetzen. Okay, also Detenante von SI A0 minus B0K gibt Ihnen das folgende. Also diese gleichen hier ist wieder die Detenante von SI minus A0 minus B0K. Sie sehen, ich habe das noch nicht gemeistert, die Technik, weil ich lieber auf der Tafel arbeite. Aber vielleicht kriegen wir es noch in das Semester. Das wird das Polynom des geschlossenen Kreises, charakteristische Gleichung. Jetzt müssen wir dieses Polynom matchen mit dem gewünschten Polynom, dieses hier. Wir machen dann wieder einen Koeffizientenvergleich, Mix and Match. Und wir kommen auf K1, K2, wie es hier gegeben steht. Okay, K1 ist dieser Wert, K2 ist dieser Wert. Schaut im ersten Prinzip ganz harmlos aus. Schaut euch genauso aus, wie wir es bisher gesehen haben, aber es gibt einen Twist. Nämlich schauen Sie sich doch bitte mal auf der Seite diese Regelkoeffizienten an. Sie sehen, wenn Z0 der Pol oder die Nullstelle den Wert des Pols annimmt, z.B. Z0 gleich minus 3 oder Z0 gleich minus 4, wird die Regelenergie gegen endlich gehen. K1 und K2 würden gegen Plus oder Minus endlich gehen. Das heißt, falls Pole und Nullstellen hier überlappen, können wir keine Regler designen. Das haben Sie in der letzten Vorlesung gezeigt, ohne wirklich eine Regel herzuleiten. Wir können einfach mal blind einen Regler herleiten. Sie sehen, dieser Regler hat die Eigenschaft, dass er ordentliche Regelenergie bräuchte, um diese Pole-Nullstellen-Kürzung zu bekommen. Wie Sie auch sehen, im geschlossenen Kreis für ein System zweiter Ordnung, wenn wir jetzt mal zurückgehen zu den PED-Reglern, wäre dieses Omega grob die Bandbreite des Systems. Und wie Sie sehen, die Bandbreite geht in die Koeffizienten rein als minus Omega Quadrat. Was Ihnen auch sagt, wenn wir die Bandbreite des Systems vergrößern wollen, sprich, das System sollte mehr Regelenergie haben, dann gehen natürlich auch K1 und K2 gegen Plus und Minus und Endlich. Also viele Sachen, die Sie gesehen haben im Frequenzbereich, kann man jetzt wieder hier sehen im Zustandsbereich. Zum Beispiel Bandbreitenbeschränkungen. Gut. Das wird sozusagen die Proportionalregelung. Eigentlich nicht schwer, das Konzept. Wir berechnen die Determinante des geschlossenen Kreises, vergleichen Koeffizienten mit einem gewünschten Polenomen und dann kriegen wir die K-Koeffizienten. Aber wir haben ja wesentlich mehr gelernt im Frequenzbereich. Zum Beispiel haben wir Tracking gelernt, wie wir zum Beispiel einen Sollwert erreichen. Schauen wir mal an, wie das im Zustandsraum funktioniert, über ein Referenzsystem. Bisher, was wir haben bisher angeschaut, Was wir uns bisher angeschaut haben, war das Folgende. Wir haben uns angeschaut, wir würden gerne das System auf Null regeln. Stabile Pole assignen, sodass alle Trajektoren im geschlossenen Kreis gegen Null konvergieren. Was ist, wenn wir nicht gegen Null konvergieren wollen, sondern einen gewissen Sollwert? Zum Beispiel einen gewissen Zustand Xs und einen gewissen Wert Us für den Regeleingang. Wie wir das ausschauen, das ist der Kreis, also das ist in dem Fall der offene Kreis, nicht geschlossen. Und wir hätten gern, dass Xs und Us ein Steady-State ist. Sprich, wir geben Us rein und Xs wäre ein Steady-State mit Ausgang Ys. Die Idee, wie dieser Regler designt wird, ist wie folgt. Das hier wäre der Regler und das Boxschreibbild, das dazu gehört, schaut wie folgt aus. Wir haben hier unsere Strecke, wir haben hier unseren Regler, K, G. Wir holen uns den Zustand X. Wir vergleichen X mit Xs und wir geben noch einen Steady-State-Input rein, Us. Das wäre jetzt dieser Regler, den wir hier designen würden. Das ist ein Zweifreiheitsgrad-Regler. Wir geben einen Steady-State-Us rein und wir vergleichen X mit Xs. Wie Sie sehen, dieser Zweifreiheitsgrad-Regler hat ein paar Nachteile, nämlich sie müssen sowohl Us als auch Xs designen und Us und Xs hängen über diese gleichen zusammen. Können wir das eventuell auch über einen Input, einen Freiheitsgrad machen? Wie Sie wissen, im Frequenzbereich haben wir uns Regler angeschaut, die hatten eher die Form, dass wir diese Form hatten. Das heißt, wir hatten eine Strecke, eine Strecke, G, wir hatten einen Regler, K, wir haben den Regler verglichen mit einer Referenz und haben das reingegeben. Und offensichtlich, diese zwei Blockschallbilder, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, schauen auf den ersten Blick nicht wirklich kompatibel aus. Im Frequenzbereich brauchen wir nur eine Referenz, das scheinbar brauchen wir im Zeitbereich, im Zustandsraum, zwei Referenzen. Wie kann man diese zwei ineinander überführen? Das funktioniert über das Referenzsystem. Nämlich, nehmen wir mal an, wir würden gerne diesen Zustand stabilisieren, Xs, Us. Wir wollen aber nicht, dass Us und Xs explizit ausrechnen. Nehmen wir doch mal an, es gibt eine Referenz, wie wir es bisher kennen, ein R-Signal, ein Input extern. Und Xs ist irgendeine Matrix, mal dieser Referenzeingang. Us ist irgendeine Matrix, mal dieser Referenzeingang. Und Ys soll doch bitte diese Referenz sein. Sie erinnern sich an den Frequenzbereich, wir geben eine Referenz rein, wir kriegen Y raus und wollen, dass R gleich Y ist. Das wäre im Prinzip genau das Analoge hier im Zustandsraum. Wie tun wir das Design? Wir tun doch einfach mal diese Gleichungen hier, in diese einsetzen. Das heißt, wir nehmen diese Gleichung und diese Gleichung und tun beide einander einsetzen und kriegen dann genau diese heraus. Sprich, wir kriegen F, G, H, J, das sind die Matrix, die diese Gleichung beschreibt, mal Nxr mal Nur ist gleich Ys ist gleich R. Kürzen wir das R aus, wir kriegen diese Gleichung und wir kriegen dieses System. Nehmen wir mal an, das System wäre invertierbar, das lineare System. Dann würden wir daraus Nx in U so berechnen. Okay, und wir könnten dann sagen, unser Regeleingang U wäre dann natürlich Us minus Kx minus Xs, was in dem Fall Nur minus Kx minus Nxr ist, was das Feedback ist, minus Kx, plus ein Referenzeingang. Okay, ich kann diese zwei Terme einfach zusammenmixen. Wie schaut das dann aus? Im Übertragungsbereich. Sprich, bevor haben wir angefangen, wie gesagt, mit zwei Eingängen. Hier war das, das ist ziemlich genau das Blockschraubild, das ich Ihnen vorher gezeigt habe. Vorher haben wir hier x gehabt, wir haben x mit einem xs verglichen und dann noch ein Steady State U hineingesetzt. Das war das von zuvor. Wie wir gesehen haben, wir können us und xs als Funktionen in der Referenz berechnen, R, und können dieses R, diesen kompletten Eingang auch schreiben als ein Feedback plus eine Referenz und wir kommen genau zu diesem Bild zurück, was Sie kennen, aus dem Frequenzbereich. Wir geben eine Referenz rein, wir haben eine Zustandsrückführung, ein Feedback und dann kriegen wir den Ausgang. Ein wesentlicher Unterschied, das Sie sehen sollten, verglichen mit dem Frequenzbereich, ist, dass wir nicht einfach nur die Referenz reingeben. Wir kriegen nicht R ist gleich y. Umsonst. Wir brauchen diesen Filter, diese Pre-Compensation Matrix. Warum brauchen wir die? Weil wir dazwischen ein dynamisches Sinn haben, was irgendein Steady State hat und wir diesen Steady State sozusagen hier rauskürzen müssen. Also wir brauchen diesen Pre-Filter im Allgemeinen im Zustandsraum. Okay. Man kann das natürlich machen, aber das ist nicht die ideale Methode, das zu designen. Irgendwelche Ideen, warum man das normalerweise nicht machen würde. Warum würden Sie nicht dieses Nx und Nu so berechnen wollen für irgendein reales System, das Sie kennen? Irgendwelche Ideen? Okay, ja. Weitere Nachteile, die noch jemand ausfallen? Das stimmt, die Matrix muss immer tierbar sein, ja. Ja, die Amerische ist so einfach eine zu große Sache. Klar, wenn wir ein großes System haben, ist es wahrscheinlich nicht sehr leicht. Stimmt auch. Noch ein Nachteil, an dem Sie sich vorstellen können? Das stimmt auch, das U kann sehr groß werden, ja. Weitere Nachteile? Genau, das kommt auch noch hinzu. Das ist wahrscheinlich der gewichtigste Nachteil und der ist Robustheit. Wenn wir diesen Eingang so designen über diese Nx- und Nu-Matrizen und uns daraus diesen Vorfilter hier berechnen, dann ist dieser Vorfilter abhängig von F, G, H, J, von allen Systemmatrizen. Das heißt, wir müssen das System 100% genau kennen. Keine Diskussion. Man kann leicht zeigen, wenn wir das System nur Epsilon und nicht genau kennen, dass das eventuell katastrophal enden könnte. Die meisten Systeme, die uns im Weg laufen, sind die meisten Linearisierungen von nicht-linearen Systemen. Das würde unter anderem heißen, wir haben immer den gleichen Linearisierungspunkt. Wir kennen alle Parameter, wir kennen die komplette Dynamik und so weiter und so fort. Also das ist eventuell nicht robust. Das ist wirklich Feed-Forward-Control. Und wir haben ein Problem mit Immortierbarkeit, mit Dimension, Numerik und so weiter. Also das ist nicht sehr, sagen wir mal, optimal. Schauen wir uns mal, wie es funktioniert in dem Fall. Gleiches Beispiel vorher, der Oszillator, gegeben in der Regelungsnormalform. Wir haben diesen Ausgang, Y ist gleich X1. Das heißt, wir haben die Position als Ausgang oder den Winkel. Wir können das System von zuvor berechnen. Also das NX, NU berechnet sich aus dieser Gleichung. Wir können in dem Fall die Matrix importieren, kriegen NX, 1,0, NU gleich 1 und das Entquer rechnet sich als 4. Und in dem Fall kriegen wir diese Trajektorien, die wirklich genau das machen, was sie sollen. Wir geben einen Sprung rein, er ist ein Step-Input. X1, was der Ausgang ist, kombiniert gegen 1, das ist wirklich das Y und alle anderen Zustänge kommen wir gegen 0. In dem Fall X2 kommen wir gegen 0 und der Steady-State von U ist dieser hier. Also nur um das kurz Ihnen zu verdeutlichen, das hier wäre das Y und wir geben einen Sprung rein. Okay? Ein Step-Input 1 und dann kommen wir gegen 1. Das heißt, das funktioniert wunderbar und es funktioniert auch wunderbar immer, solange wir alles invertieren können und solange das System so passt, wie wir es gerne hätten. Okay. Jetzt haben wir schon die Nachteile angesprochen, wenn wir diesen perfektes Tracking haben wollen eines Eingangs, eines Schritteingangs. Und dieser Vorfilter funktioniert, aber hat natürlich seine Nachteile. Im Frequenzbereich haben Sie einen ganz anderen Regler kennengelernt, den Sie benutzen, um einen gewissen Setpoint zu erreichen. Und das war der PI-Regler, wie Sie wissen. Der PI-Regler hat wirklich die Eigenschaft, dass die Sensibilität gegen 0 geht, die Übertragungsfunktion GK gegen ländlich und wir haben keine bleibende Regelabweichung. Wir können jeden Step-Eingang perfekt tracken. Das war der PI-Regler im Frequenzbereich. Schauen wir uns mal, ob wir den PI-Regler auch im Zustandsraum designen können. Wie würde das aussehen? Also Integralregelung im Zustandsraum. Wie gesagt, der Nachteil, der Methode, wenn wir ein Referenzsystem haben, es ist wirklich Feed-Forward-Control und es ist wirklich basierend auf Inversion aller Systemmatrizen, die wir höchstens in die Version durchführen können und wir müssen die Systemmatrizen perfekt können. Jetzt würden wir natürlich das komplett modellunabhängig machen. Können wir Tracking erreichen, ohne dass wir das Modell können? Wie zum Beispiel ein PI-Regler. Versuchen wir mal, den Integralregler im Zustandsraum nachzubauen. Was macht der Integralregler im Frequenzbereich, also der PI-Regler? Er hat ein proportionales Feedback, U ist minus KX, das kennen wir schon und hat er noch ein Integralfeedback, das Integral des Fehlers. Schauen wir uns das mal an, das wäre unser System hier, X.Fx plus Gu, Y ist HX und jetzt würden wir gern perfektes Tracking des Ausgangs erreichen. Der Ausgang soll den Eingang perfekt tracken. Das heißt, ein bestimmter Fehler soll gegen Null gehen. In dem Fall ist der Fehler der Ausgang, Y minus die Referenz. Und wir integrieren diesen Ausgang. Also das hier ist unser Y. Wir integrieren diesen Ausgang, X-Punkt ist gleich der Fehler. Was würde das heißen? Angenommen, wir könnten jetzt diesen Fehler gegen Null stabilisieren, also XI-Punkt gleich Null, das wäre äquivalent zu Y gleich R. Das steht dahinter. Das war auch die Idee zuvor im Frequenzbereich, nur haben wir es nicht so hingeschrieben. Wir schreiben den Fehler hin, wir integrieren ihn, angenommen, wir können zuschneiden XI gegen Null stabilisieren, haben wir diesen Fehler gegen Null stabilisiert. Das heißt, wir führen einen neuen Zustand ein, XI-Punkt, der Y minus R heißt, zum Beispiel Minus der Fehler oder XI ist das Integral und das wäre PI-Regel. Deshalb, wir kriegen ein neues System. Ich habe noch kein proportionales Feedback hinzugefügt, was das alte System ist. X-Punkt ist Fx plus Gu und Y ist Hx plus den Integralfehler. Der heißt, XI-Punkt ist Y oder H mal XI minus die Referenz. Und jetzt benutzen wir das U, unseren Regeleingang, um sowohl das System zu stabilisieren als auch den Integralfehler. Gleiches Prinzip wie zuvor. Wir wählen wieder ein proportionales Feedback. U ist minus Kx. In dem Fall minus K1x, was den Zustand stabilisiert und was den Integralfehler stabilisiert, ein K0, was den Zustand stabilisiert. Und versuchen, das System damit zu stabilisieren. Also, die Struktur ist dann wirklich wie folgt. Wir haben bevor unser proportionales Feedback, Zustandsfeedback, U ist minus Kx. Wir bauen einen extra Zustand, Xi, der die Eigenschaft hat, dass Xi-Punkt gleich Y minus Differences. und wir wollen das Gain-K1-Design so das Ganze stabilisieren. Und wie Sie sehen, das Problem, dass wir das lösen müssen, ist genau das gleiche wie vorher. Wir haben irgendein Closed-Loop-System, wir haben ein Feedback-K, wir wollen das System stabilisieren. Schauen wir uns doch mal wieder ein Beispiel an. Ganz einfache Übertragungsfunktion. Ys über U von S ist 1 über S plus 3, was zu folgendem System gehört. Das wäre der Frequenzbereich. Im Zeitbereich würde das heißen, wir hätten ein X-Punkt ist minus 3X plus U und Y gleich X. Das ist unser System und wir würden jetzt gerne Integralregel designen, so dass wir in der Referenz perfekt tracken können und wir sollten, wollen jetzt gerne tracken, wollen beide Pole sowohl für den Integralfehler als auch für den Zuschüssempfehler bei minus 5 legen. Das heißt, das charakteristische Polenom ist S plus 5 Quadrat, das heißt S Quadrat plus 10 S plus 25. Das ist das charakteristische Polenom, das wir erreichen wollen. Unsere Strecke mit dem zusätzlichen Zustand des Integralreglers ist diese hier. Hier sehen Sie die Dynamik, X-Punkt ist minus 3X plus U und hier sehen Sie den Integralregler. Der Integralregler integriert den Fehler zwischen dem Ausgang und der Referenz. Wir nehmen den gleichen Ansatz wie zuvor. Determinante von SI minus die Strecke plus die Eingangsmatrix mal K Diese Determinante gibt uns im Allgemeinen eine Formel. In dem Fall heißt die Formel S Quadrat plus 3 plus K0 S minus K1 und diese Formel wollen wir matchen mit dem gewünschten charakteristischen Polenom, was 10 S plus 25 heißt und können daraus berechnen, dass K1 und K0 sich zu 25 und 7 errechnen. Okay? Gleiches Prinzip wie bevor und jetzt haben Sie gelernt, wie wir den PI-Regler aus dem Frequenzbereich jetzt in der Zustandsordnung kompetieren. Das ist sozusagen das Äquivalente vom PI-Regler. Schauen wir uns das Ganze mal an im geschlossenen Kreis. Das heißt, wir haben hier wieder unser System. Das ist das x-Punkt minus 3x plus u. Wir stabilisieren das über ein Gain. Das ist das minus 7 mal x. Und gleichzeitig haben wir hier den Integralregler aus der Ruhm. Der vergleicht y minus r. Integriert das. Wir kriegen einen neuen Zustand und diesen neuen Zustand stabilisieren wir mit einem Gain von minus 25. Okay? Und wir sehen, das Schöne an der Integralregelung verglichen mit diesen Filtern nx und nu entquer, die ich Ihnen vorgezeigt habe, ist, das ist komplett modellunabhängig. Okay? Ich habe hier diesen Fehler stabilisiert, komplett unabhängig. Ich habe nicht angenommen, ich kenne das Modell. Natürlich habe ich hier das Casio gewählt, das ich gewünschte geschlossene Pol habe, aber wenn ich jetzt hier ein 3 plus y hinschreibe, wird das Ding immer noch funktionieren, die Pole sind im y verschoben. Das heißt, das ist robust. Das ist unabhängig vom Modell. Und es funktioniert wunderbar. Es funktioniert genauso wie die Pi-Regler, die Sie bisher kennengelernt haben. Jetzt hat alles, was ich Ihnen bisher gezeigt habe, einen riesigen, riesigen Haken. Wir müssen das komplette x messen können. Okay? Nehmen wir an, wir haben ein großes Thema, irgendwo aus dem chemischen Bereich, typischerweise an die tausenden von Zuständen und vielleicht nur vier, fünf Messungen. Okay? Wie könnte man das jemals realisieren, dieses Zustandsraumfeedback? Okay? Das ist ein Problem, das wir uns noch separat annehmen müssen. Das heißt, wir müssen irgendwoher eine, sagen wir mal, eine Messung kriegen. Dieser Block ist neu hier, weil wir das x nicht messen können. Sie müssen das x irgendwie schätzen können. Wir schätzen es typischerweise aus Messungen und aus dem Eingang. Und das funktioniert mittels Beobachters, wo wir sehen, da können wir all diese Konzepte, die Sie angeschaut haben, wie Beobachtungsnormalform, Kalmanfeld und so weiter benutzen. So, bevor wir zur Zustandssetzung kommen, haben Sie Fragen zur rein proportionalen Regelung? Wie Sie sehen, ich kann einfach ein Zustandsfeedback machen, u ist minus kx, ich kann das System stabilisieren, ich kann ein pi-Feedback machen, ich könnte sogar eine allgemeine Übertragungsfunktion, wie Sie sie im Frequenzbereich desigern, realisieren. Genauso wie beim pi-Regler, wo ich hier gesagt habe, ich füge einfach einen extra Zustand ein, xi für das Integral, Sie können sich auch extra Zustand einführen für eine beliebige Übertragungsfunktion und das System damit stabilisieren. Okay, gleiches Prinzip, funktioniert genauso, aber wollen nicht weiter reingehen. Der Nachteil der ganzen Geschichte ist, wir müssen für diese Art von Feedback das komplette x kennen. Wir kennen es aber nicht, deswegen müssen wir den Zustand schätzen. Okay, Zustandsschätzung, das nächste Thema. Okay, also, fundamentales Problem, alles was wir gemacht haben, ist, wie hier steht, schlecht möglich, im Prinzip nicht realisierbar, weil wir typischerweise nicht alle Zustände kennen. Okay, dann ist die Idee, nehmen wir doch nicht die Zustände x selbst her, sondern schätzen wir die Zustände. Schätzen wir die Zustände über einen Simulator, zum Beispiel x hat, hier ist der geschätzte Zustand. Und die einfachste Version, wie ich den Zustand schätzen könnte, ist wirklich, ich simuliere einfach das System. Okay, ich baue mir einen Simulator, was dieses Ding hier ist. Ich simuliere einfach das System vorwärts und kriege damit eine Schätzung des Zustands. Die ganzen Sachen, wie Sie sich vorstellen können, hat auch wieder ein paar Haken. Warum können wir das System einfach nicht vorwärts simulieren? Irgendwelche Ideen. Warum würde das normalerweise nicht funktionieren? Das ist ja eigentlich keine schlechte Idee. Ich habe ein enger, kompliziertes System. Ich kenne Zustand nicht, aber ich kann es einfach modellieren über Simulink und simulieren. Und ich weiß den Zustand. Wir brauchen ja kein Regelsystem mehr. Wir können auch den Lug das ganze Steuern. Genau. Das stimmt. Warum machen wir das normalerweise nicht? Warum brauchen wir Regelsysteme trotzdem? Weil das System, also die Simulation ist immer noch nicht präzise genug. Sie ist nicht präzise genug? Das stimmt, ja. Sie haben noch was? Ja, weil noch die Steuergröße ist. Die Steuergröße kennen wir nicht. Ja, das stimmt auch. Sie hat noch was? Die Modellierung stimmt vielleicht nicht. Das stimmt alles, genau. Alles gute Punkte. Nehmen wir noch einen viel einfacheren Punkt. Angenommen, wir kennen das System perfekt und wir kennen die Störungen und, und, und. Warum wird es immer noch nicht funktionieren? Wenn Sie irgendwas simulieren, MATLAB, OD45 oder sonstiges, was braucht die Simulation alles? Genau, wir brauchen die richtige Anfangsbedingung. Okay, wenn wir nicht die richtige Anfangsbedingung haben, dann bringt uns alles vorwärts integrieren nicht. Okay? Also alle Punkte, die Sie gewählt haben, also genannt haben, stimmen. Also wenn wir einfach nur, wie hier auf dem Bild dargestellt, uns den Prozess anschauen, wir geben ein U rein und tun dementsprechend den Prozess simulieren, dann gibt es ein paar Probleme. Die Probleme sind einerseits, der Prozess hat eine Anfangsbedingung, die Simulation hat eine andere Anfangsbedingung. Es gibt hier eventuell Störgrößen. Es gibt Modellunsicherheiten und so weiter und so weiter. Deswegen klappt die Simulation im Allgemeinen nicht. Also das sind alles, sagen wir mal Shortcomings. Man könnte sich auch den Fehler anschauen, den die Simulation hat gegenüber der Dynamik des Systems. Definieren wir mal Y als den Fehler. Also Y ist X minus X hat. Dann hat Y die folgende Dynamik. Y Punkt ist X Punkt minus X hat Punkt. Was F von X plus GU ist. Minus F von X hat minus GU. Angenommen der Simulator kriegt den gleichen Eingang des Systems. Dann kürze ich das GU raus und kriegen F von X minus X hat, was F Epsilon ist. Und wir haben diese Anfangsbedingung. Sprich, wir haben das System Epsilon Punkt ist F Epsilon. Natürlich mit im Allgemeinen der falschen Anfangsbedingung. Epsilon Null ist nicht Null. Das heißt, der Fehler wird zwar wieder konvergieren. Nicht sicher. Er konvergiert eigentlich nur dann und genau dann, wenn das System stabil ist. Wenn F stabil ist. Aber wenn F stabil ist, brauchen wir auch keine Regelung mehr. Vielleicht brauchen wir eine Regelung für Performance natürlich. Angenommen F wäre stabil, dann konvergiert der Fehler genau so schnell, wie die Dynamik konvergiert. Sprich, der Fehler ist genauso groß wie der Zustand. Mit anderen Worten, wenn Sie den Zustandsschätzung nehmen wollen für Regelung, dann hat die Zustandsschätzung den gleichen Fehler, wie weit sie von Null entfernt ist. Mit anderen Worten, wir hätten gern, dass der Fehler viel schneller konvergiert als die eigentliche Physik. Wir wollen den Fehler innerhalb von ein paar Mikrosekunden auf Null haben, dass wir einen perfekten Zustand haben und damit irgendeine Regelung betreiben können. In dem Fall hängt die Konvergänz wirklich ab vom Open-Loop-System, was eventuell sehr langsam sein kann oder sogar instabil. Sprich, wir müssten uns überlegen, wie können wir diesen Fehlerterm eventuell stabilisieren, wie können wir das schnell stabilisieren, dass der Fehler sehr schnell konvergiert und wir dann wirklich die Schätzung X hat für Zustandsfeedback nehmen können und wie können wir das Ganze auch robust machen, sodass es unabhängig ist von irgendwelchen Modellierungsannahmen, die wir bei der Simulation machen. Antworten auf die Frage gibt es nach einer kurzen Pause. Danke. So, wunderbar, dann machen wir mal weiter. Ich darf Sie bitten, zur Ruhe zu kommen. Kurz nochmal eine kleine Review von dem, was wir gerade angeschaut haben. Es sah wahrscheinlich auf den Slides ziemlich trivial aus, aber diese Idee der Zustandsrückführung ist wirklich, sagen wir mal, seit 1960, seit wir zum Mond geflogen sind. Übrigens, zum Mond sind wir geflogen über Minus KX, nicht über PED. Man könnte auch sagen, wir sind deswegen zum Mond geflogen, weil wir Minus KX hatten, nicht PED. Okay, sind im Prinzip alle Regler basierend auf Zustandsrückführung. Linear, nicht linear, infinite, dimensional und so weiter. Alle Regelkurse, die Sie von jetzt hören werden, werden wirklich auf diesem Prinzip beruhen. Es sah wahrscheinlich sehr einfach so aus in diesen Slides, aber der philosophische Paradigm-Shift war damals sehr gewaltig, als man die Zustandsraumregelung entdeckt hat. Was wir uns bisher angeschaut haben, war, wir haben ein System, wir haben ein Feedback, wir nehmen an, dass wir direkt auf das System wirken können, über das Feedback, und wir können direkt den Zustand X messen. und haben dann U ist Minus KX, eventuell Minus eine Referenz. Ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie das K entwerfen können, wenn das System regelbar ist, nämlich, indem wir einfach die Koepitienten des geschlossenen Kreises, des charakteristischen Palenoms geschlossenen Kreises vergleichen mit den gewünschten Koepitienten. Es ist sehr leicht eine Regelungsnahe Form. Ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie Konzepte aus dem Frequenzbereich, zum Beispiel E-Regelung, sehr leicht übersetzen können, dieses Setup in den Zustandsraum. Das Einzige, woraus wir jetzt noch kommen müssen, ist, woher kriegen wir das X? Weil typischweise haben wir das X nicht, wir haben nur eine Messung. Wir haben hier typischweise einen Block, der heißt Sensor, und aus diesem Block hier kommt raus das Y. Wir möchten aus dem Y heraus uns unser Feedback generieren. Sprich, worum es jetzt in der Vorlesung geht, ist, wie entwerfen wir diesen Block? Wir haben irgendwie Sensormessungen, Y, und möchten aus diesen Sensormessungen ein Feedback generieren. Idealweise möchten wir das Feedback so generieren, dass wir einfach das alte Zustandsraumfeedback nehmen, das Minus Kx, und uns über das Y eine Schätzung des Zustands berechnen. Darum geht es jetzt hier in der Zustandsraumschätzung. Und wie Sie gesehen haben, die naive Idee, nämlich, dass wir einfach einen Simulator bauen, einen Simulator, der das System vorwärts simuliert, nämlich dieser hier, X-Hertpunkt, ist F mal X-Hert plus GU, klappt nicht. Aufgrund verschiedener Sachen, wir wissen die Anfangsbringung nicht, wir haben diverse Modelle und Sicherheiten, es sind eventuell Störungen, die wir nicht kennen, und selbst wenn das alles nicht da wäre, würde dieser Fehler, den wir einführen, zwischen dem Zustand und dem Geschätztzustand, konvergieren, nur dann, wenn das System stabil ist und selbst dann nur genauso schnell wie das System. Mit anderen Worten, der Fehler wäre im Prinzip genauso groß wie der Fehler in Dynamik und dann wäre es nicht wirklich nützlich für Regelung. Das heißt, wir müssen irgendwie es schaffen, eine Art besseren Simulator zu bauen. Nicht nur diesen Simulator. Und auch einen stabilen Simulator. Und eine Idee, den stabilen Simulator zu bauen oder den Fehler zu stabilisieren, ist natürlich auch wieder über Feedback. Nehmen wir doch die Größe, die wir haben. Wir haben das U, wir bestimmen das U, wir messen das Y, können wir diese zwei Größen nehmen, um eventuell einen besseren Simulator zu bauen. Und die Idee ist wirklich ganz einfach, dass wie vorher das State Feedback U ist minus KX, nehmen doch jetzt mal ein Ausgangsfeedback, um diesen Fehlerterm zu stabilisieren. Mit anderen Worten, bauen wir doch unseren Simulator einfach mal ein bisschen um. Was sehen wir hier? Das ist die sogenannte Beobachtergleichung. Die Beobachtergleichung besteht aus einem Term. Das hier ist der Simulatorterm von zu bevor. Wir simulieren einfach den Fehler und wir würden diesen Fehler gerne stabilisieren und auch sehr schnell konvergieren haben. Deswegen haben wir hier einen Korrektorterm. Vielleicht erinnert sich noch aus irgendwelcher Numerikvorlesung am Korrektor-Verfahren. Das ist so im Prinzip ein bisschen ähnlich. Wir simulieren, was wir denken ist das System, wenn wir die Anfangspunkte hätten und wir korrigieren den Fehler, indem wir einfach eine Zustandsrückführung des Ausgangs machen. Nämlich das hier ist unsere Messung Y und dieser Term hier, Hx hat, wäre unsere geschätzte Messung Y hat. Also der Ausgang des Simulators minus der wirklich gemessene Ausgang. Wie schaut das aus im Blockdiagramm? Das ist unser Prozess. X Punkt ist F von X plus GU. Wir haben einen Ausgang, Y ist H von X. Wir bauen uns einen Simulator. Das hier ist der Simulatorblock. Der Simulator hat einen Ausgang. Der gibt uns Y hat. Natürlich Y und Y hat wird nicht gleich sein, aber wir können Y und Y her vergleichen. Wir nehmen die Differenz und führen diese Differenz zurück. Im Prinzip machen wir eine Zustandsstabilisierung unseres Simulators über diesen Ausgang. Also wir nehmen den Fehler, der Messung und führen den zurück. Was wäre in dem Fall die Fehlerdynamik? Können wir diese stabilisieren? Können wir sie eventuell sehr schnell konvergent machen? Der Fehler ist wieder Y Punkt, ist X Punkt minus X Herdpunkt, was sich errechnet als F X plus GU minus die Dynamik von X Herd, was minus F von X Herd minus GU minus L X minus X Herd ist. Also ich habe hier Y und H von X geschrieben. Sie sehen, dass GU kürzt sich und wir haben den Fehler F minus LH Epsilon. Was wir sehen, sehr, sehr ähnlich ist wie vorher die Form F minus GK. Und es stellt sich heraus, so wie vorher, als wir gesagt haben, wir können die Pole von F minus GK beliebig platzieren, wenn das System steuerbar ist. Können wir genauso hier die Pole von F minus LH beliebig platzieren, beliebig schnell, schicken wir sie nach minus 1000, wenn das System beobachtbar ist und genau dann, nur dann wenn. Also die Idee ist, die Fehler Dynamik ist durch diesen Term gegeben, F minus LH und wir platzieren die Eigenwerte und wir können das genau dann, wenn das System beobachtbar ist. Aber im Prinzip ist das genau dieselbe Idee, man sagt, das ist die duale Idee, wie vorher in der Zuschnittsammelrückführung. Wir können den Fehler des Simulator Terms korrigieren, beliebig, wenn das System beobachtbar ist. Schauen wir mal an, wie das funktionieren sollte. Wieder unser Beispiel, der ungedämpfte Simulator. Das System ist gegeben, in dem Fall wieder in der Regelungsnormalform, Integrator, hier ist die Frequenz, Omega 0 Quadrat und wir werden einen Beobachter bauen, der beide Pole auf minus 10 Omega 0 schiebt. Also irgendwo weit links, sodass der Fehler schnell konvergiert. Das heißt, unser gewünschtes, gesuchtes, charakteristisches Polynomen des Fehlers, der Index E, steht für Error oder Estimator, ist S plus 10 Omega 0 Quadrat, was hier gibt es zu dieser Formel, S Quadrat plus 20 Omega 0 S plus 100 Omega 0 Quadrat. Wir können das wieder vergleichen mit der charakteristischen Gleichung, der charakteristischen Gleichung unseres Fehlers, F minus LH. Das heißt, wir schauen uns an, die sogenannte Si minus F minus LH, was sich errechnet zu in dem Fall S Quadrat plus L1 S plus L2 plus Omega 0 Quadrat. Wie zuvor vergleichen wir einfach diese Koeffizienten hier und berechnen uns daraus L1 und L2. Also wir machen einfach einen Vergleich der Koeffizienten und daraus berechnet sich unser L1 und L2. Und mit diesem L1 und L2 können wir den Fehler stabilisieren, den Fehler des Beobachters, und zwar stabilisieren, im Prinzip beliebig schnell Konvergent haben, in dem Fall legen wir die Fehlerpole auf minus 10 Omega 0. Wie vorher, in Zustandsrückführung habe ich Ihnen gesagt, es ist besonders leicht, das System zu stabilisieren, wenn es in Regelungsnormalform vorliegt, weil wir dann einfach wirklich nur die Koeffizienten vergleichen können mit den gewünschten Koeffizienten und daraus direkt das K berechnen. Beim Beobachtungsproblem ist es ganz genauso, nur dual, sehr leicht, den Beobachter zu designen, genau dann, wenn das System in Beobachtungsnormalform vorliegt. Kurz als Review, was ist die Beobachtungsnormalform? Wir haben hier die Integratorkette, hier im linken Block der Systemmatrix und in der letzten Spalte haben wir die Koeffizienten des charakteristischen Polynoms. In der Inputmatrix G stehen im Prinzip unsere Nullstellen, das heißt, wenn wir eine Übertragungsfunktion hätten, wären das die Koeffizienten des Zählers der Übertragungsfunktion, bn bis b1. Und was messen wir? Wir messen den letzten Zustand. Warum ist das natürlich sehr schön? Wenn wir den letzten Zustand messen, heißt das im Prinzip, wir können diese ganze Spalte messen. Und wir können über das Feedback L mal H im Prinzip genau die letzte Spalte beeinflussen. denn L mal H wird uns geben eine Matrix, die ausschaut wie eine große Nullmatrix und hier steht dann L1 bis Ln. Okay? Also wenn das System in dieser Form vorliegt, dann ist es sehr leicht über LH das komplette charakteristische Polynom hier zu reshapen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir nehmen mal wirklich mit diesem H und irgendeinem beliebigen Vektor L setzen wir ein diese Matrix, schauen uns an, was F minus LH gibt und Sie sehen hier, wir können hier ein komplett neues charakteristisches Polynom designen. Sprich, durch die Wahl von L können wir zum Beispiel die Koeffizienten A rauskürzen und neue Koeffizienten hinschreiben, wie wir sie wollen. Wie gesagt, wir könnten uns wieder eine gewünschte charakteristische Gleichung ausdenken. Alpha E von S, die heißt dann S hoch N plus P N S hoch N minus 1 plus und so weiter bis nach P1 gleich 0 und dann vergleichen wir einfach Koeffizienten und können daraus unsere Li berechnen. Also wiederum sehr, sehr leicht und direkt, wenn das System beobachtbar ist und mal von vorliegt. Wir können den beobachtbar von transformieren, genau dann, wenn das System beobachtbar ist und mehr mit der Zusammenfassung, dieses Kapitel ist wirklich für ein beobachtbares System können wir diesen beobachtbar designen und wir können die Pole der Fehlerdynamik beliebig platzieren. Das heißt genau dann und nur dann, wenn das System beobachtbar ist. haben wir kein Beispiel hier. Im Prinzip könnten wir jetzt genau gleich ein Beispiel wiederholen wie vorher für die Zustandsrücksführung auch. Wir können den Fehler beliebig stabilisieren. Kurze Diskussion mit Ihnen. Wir können den Fehler beliebig stabilisieren. Wo würden Sie den Pole hinlegen des Fehlers für den Beobachter? Irgendwelche Ideen. Wir können die Pole überall hinlegen. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 1 plus minus i. Okay. Was meinen Sie mit so weit wie der Regler verkraftet? Das stimmt vollkommen, wie Sie sagen, wenn wir den Regler designen würden. Wenn wir die Pole über u ist minus kx, die Pole des Systems festlegen. In dem Fall tun wir nur die Pole des Fehlers platzieren, was nicht unbedingt gleich zusammenhängt mit der Regelenergie, die der Regler braucht. Aber es stimmt, wir wollen die nicht unbedingt nach Minus und Endlich schicken. Und zwar ist einfach ein Grund, wenn wir sie nach Minus und Endlich schicken, bauen wir im Prinzip sowas wie ein Differenziator. Sprich, wir versuchen möglichst schnell aus dem y das x zu generieren. Nehmen wir einfach y, y Punkt, y Doppelpunkt und so weiter generieren. Sie müssen sich vorstellen, y ist ein Signal, das typischerweise mit sehr viel Rausch verbunden ist. Wenn Sie das Signal durch ein sehr, sehr schnelles System filtern, dann wird das nur verstärkt. Sprich, wir legen die Pole schon sehr weit nach links und zwar so weit nach links, wie die Rauschverstärkung es zulässt. Typischerweise werden Sie sehen, dass irgendwann das Rauschen sehr arg zunimmt und da gibt es eine natürliche Grenze. Aber ja, vollkommen richtig. Die Pole des Reglers für u ist minus kx würden wir typischerweise gerne da hinschicken, wo wir, wie bereits zuvor im Zustandsrahmen, im Frequenzbereich auch die Pole haben wollen, irgendwo links von einer Asymptote mit irgendeiner Dämpfung und so weiter. Es ist nur eine Frage, tun diese zwei Pole interagieren? Ich meine, ich kann den Beobachter designen, wie ich will, ich kann den Regler designen, wie ich will, wird das ganze System eigentlich stabil sein? Und wenn ja, wo sind die Pole? Wir haben ja die zwei Konzepte jetzt komplett verschieden, also getrennt angeschaut. Wir haben den Regler gehabt und den Beobachter gehabt. Jeder an und für sich kann beliebig die Pole hin und her schiften, aber die zwei interagieren natürlich, weil wir nehmen die Schätzung des Beobachters für den Regler her. Okay, wir müssen uns damit auch noch beschäftigen. Können wir die zwei wirklich separat designen oder auch nicht? Wie Sie sehen, kommt das gleich dran. Nämlich hier haben wir einen kleinen Punkt, der heißt Zustandsrückführung mit Beobachter. Da diskutieren wir das explizit. Bevor wir uns diese Frage anschauen, wollte ich kurz noch Dualität ansprechen. Dualität ist ein großes Wort, was etwas sehr, sehr Offensichtliches aussagt. Nämlich, wie wir gesehen haben, ist das Feedback-Design und die Beobachterstabilisierung komplett dual. Im Sinne von, folgt für die Regelung, wählen wir K, so dass F minus G, G, K gut ist, im Sinne stabil. Und für den Beobachter wählen wir L, so dass F minus L, H stabil ist. Wie Sie wissen, die Pole von F minus L, H sind die gleichen Pole wie die für die transponierten Matrix, F transponiert mit H transponiert L transponiert. Und wir können das jetzt mit F minus G, K vergleichen. Wie Sie wissen, der Matlab-Befehl zum Beispiel, um Pole, oder vielleicht wisst ihr es noch nicht, dann sage ich es Ihnen, um beliebige Pole mit einem Regler zu designen, wie würden Sie das K errechnen mit Matlab? Sie würden sagen, K ist gleich Place, dann geben Sie ihm das F, das G und das P, wobei P die gewünschten Pole sind. So würde ich jetzt praktisch mit Matlab einen Regler K berechnen. Wie würden Sie Matlab benutzen, um ein Beobachter zu designen? Wie würden Sie das L berechnen über Matlab? Wenn Sie sich diese Formel anschauen, also um die Pole hier beliebig auf Position K zu legen, also beliebig Position P, wähle ich Place, F, Zustandsmatrix, G, die Importmatrix und gewünschte Pole. Um das für den Beobachter zu machen, da hier alles transponiert ist, funktioniert das wie folgt. Ich wähle L ist gleich Place und zwar in dem Fall von F transponiert, H transponiert und P und das gibt mir nur das L transponiert. Also wie Sie sehen, die Pole des geschlossenen Kreises stabilisieren oder die Pole des Beobachters stabilisieren ist komplett dual. Der einzige Unterschied ist, hier haben wir die gleiche F-Matrix, nur hier haben wir sie transponiert, hier normal. Die Eingangsmatrix einmal G, einmal ist die H transponiert und einmal müssen wir das K berechnen und einmal das L transponiert. Das sind wirklich duale Konzepte. Man kann das noch weiter auf die Spitze treiben. Man kann auch die Frage stellen, wann ist das Paar C A beobachtbar? Das wäre genau dann der Fall, wenn das Paar C transponiert, A transponiert steuerbar ist und so weiter. Sie können gerne durch alle Tests gehen, die Sie kennen für Beobachtbarkeit und Steuerbarkeit und diese einander überführen. Das sind wirklich komplett duale Konzepte. Und im Prinzip könnte man eine komplette Vorlesung geben über Beobachter-Design oder Filtern und könnte alles besetzen in der Regelung. Das sind wirklich äquivalente Konzepte in dem Fall. Das war nur so eine Anekdote. Mit anderen Worten, alles was wir über Regelung gelernt haben, kann man für Beobachtung anwenden. Zur Zustandsrückführung mit Beobachter. Das geht wirklich auf die Frage ein, die ich vorgestellt habe, nämlich können wir den Beobachter und den Regler komplett separat voneinander designen? Kann ich wirklich einen Beobachter nehmen und den Regler nehmen, beide miteinander kombinieren und es funktioniert? Wenn es funktioniert, wo sind dann die Pole? Schauen wir uns doch diese Frage mal explizit an. Wir haben einen Regler, u ist minus kx, aber wir nehmen nicht das x, sondern wir nehmen das geschätzte x, also u ist minus kx hat. Was uns die erstgleiche gibt, das ist die Systemdynamik des geschlossenen Kreises. Der Beobachter hat einen Simulator-Term und einen Korrektor-Term. Schauen wir mal nochmal die Gleichung des Beobachters hin. Der Beobachter schaut aus als x hat Punkt ist f von x hat plus gu minus l y minus y hat. und y ist der Fehler zwischen Beobachter und Regler. Sprich, der geschlossene Kreis hat einen Fehler hier. Wir haben nicht das gestern genaue x, sondern wir haben x minus y. Wenn wir jetzt mal diese Gleichung anschauen, x minus y und die Gleichung, den Fehler des Beobachters gibt, also auch noch die y-Punktgleichung, die, wie Sie vorher wissen, sich errechnet als f minus l h y und diese zwei Gleichungen mal in Matrixform schreiben, kommen wir auf diese Matrix. Diese Matrix sagt uns sowohl den Fehler des Reglers, wie weit ist x von 0 weg, wir wollen x auf 0 stabilisieren, als auch den Fehler des Beobachters, als wie weit ist x von x weit weg. Und was Ihnen sofort ins Auge stechen sollte, diese Matrix ist dreieckig und dadurch, dass sie dreieckig ist, sind die Eigenwerte dieser Matrix die Eigenwerte der diagonalen Blöcke. Mit anderen Worten, der Fehler des geschlossenen Kreises sowohl in x als auch im Beobachtungsfehler ist komplett separiert in zwei Fehler. Ein Fehler, der nur von f minus g k bestimmt wird und ein Fehler, der nur von f minus l h bestimmt wird. Was sich das das Separationsprinzip nennt. Das heißt, wenn ich f minus g k die Pole wähle und f minus l h die Pole wähle, sind die Pole des geschlossenen Kreises bestehend aus Strecke, Beobachter und Regler wirklich die Pole von den beiden diagonalen Blöcken. Also die Mengen der Pole des Gesamtsystems, die Pole des Zustandsreglers und die Pole des Beobachters. Sprich, ich kann beides separat designen, zusammenfügen und alles wird schön stabil sein, wie Sie sehen, weil diese Matrix hier die Dreiecksform hat. Wunderbar. Wir können also alles zusammen patchen, funktioniert wunderbar und Sie sehen jetzt auch, wie Sie vielleicht die Pole des Reglers als Funktion des Beobachters nehmen sollen. Das spielt keine Rolle. Wir können wirklich beide Pole separat designen. Typischerweise hätten wir gerne die Pole des Beobachters etwas schneller für Performance, dass wir sehr schnell den Fehler des Beobachters gegen Null kriegen und dann F-GK designen wir für Performance des Systems, wie Sie, was ich gelernt habe mit Bandbreitenbeschränkungen und so weiter. Aber diese zwei Fehler separieren sich komplett. Ich kann wirklich einen Zustandsregler bauen, komplett annehmen, ich kann den kompletten Zustand messen, ich designe den, das kann ich verlineren, nichtlineren, was muss ich System machen. Ich führe den ein, ich regle das System damit und ich kreiere mir die Zustandsschätzung aus einem Beobachter und diese Idee des Separationsprinzips zieht sich wirklich durch, quer auch die ganze Regelungstechnik. Also wir können jetzt wirklich ein Output-Feedback bauen, wir brauchen nur das Y. Wie schaut das Ganze aus im Blockdiagramm dann? Wir haben einen Zustandsregler und einen Beobachter, also hier ist die Schrecke, hier ist ein Sensor, wir berechnen uns aus den Messungen unseren Zustand, z.B. x hat, was braucht es? Es braucht das Y, es braucht das U und führen das dann zurück. Das wäre eine Art das zu implementieren. Man könnte es auch noch komplett anders implementieren, nämlich wir wissen ja, dass U minus Kx hat ist. Also wir können das entweder so implementieren mit GU, aber weil U minus Kx hat ist, können wir es auch so implementieren. x hat Punkt ist F minus GK minus LHx hat plus LY U ist minus Kx hat. Und wie Sie sehen, das hier ist ein eigenständiges System. Ich kann davon, wenn Sie wollen, die Übertragungsfunktion schreiben, das wäre minus K mal SI minus F plus GK plus LH inverse L und das wäre im Prinzip das Äquivalent wiederum im Frequenzbereich von einem Filter, Lead Element und so weiter. Okay, der ganze Regler nimmt einfach diese Form an. Das wäre jetzt dann die Brücke zum Frequenzbereich. Sie können entweder so implementieren oder Sie haben das U separat und messt und das U rückführen. Beides möglich und wir können wirklich beide diese Blöcke komplett voneinander getrennt werfen. Ein Beispiel, einfaches System, Doppelintegrator 1 zum S² mit dieser Zustandsdarstellung wir messt die Position den ersten Zustand, wir reagieren auf den zweiten Zustand. Unsere Specs sind wie folgt, wir würden gern die Reglerpole auf diesen Wert hier regeln, der schaut ein bisschen esoterisch aus, das kann man auch wesentlich schöner schreiben als wir wollen die Pole gerne legen auf Wurzel 2 halbe minus 1 plus minus i. Okay, das wäre sozusagen die schönere Formulierung darauf und die Beobachterpole wollen wir so legen, dass wir eine Beobachter- Philodynamik haben mit diesem charakteristischen Polynom Alf E von S S² plus 2 Zeta Omega S plus Omega Quadrat wobei Omega die Bandbreite 5 sein soll und die Dämpfung soll 0,5 sein. Das sind die gewünschten Pole in dem Fall. Also wie sagen wir mal beide Regler und Beobachter separat voneinander weil wir wissen wir können das jetzt. Das wäre das Polynom für die geschlossene Strecke für das Viehberg u ist minus kx daraus können wir k rechnen aus 1 und Wurzel 2 warum können wir das sofort rechnen in dem Fall ist es sehr leicht weil das System ja eigentlich gegeben ist eine Regelungsnormalform wie Sie sehen. Koeffizienten sind 0,0 hier die gewünschten Koeffizienten wären Wurzel 2 und 1 und das k berechnet sich sofort daraus aus 1 und Wurzel 2. Sehr leicht was eine Regelungsnormalform ist. Für den Beobachter haben wir diese charakteristische Gleichung und wir können auch wiederum weil das System so schön ist direkt die L-Matrix hinschreiben als Koeffizienten in der charakteristischen Gleichung. Und daraus ergibt sich die Übertragungsfunktion des Beobachters wir können entweder im Zuschnitt daraus hinschreiben oder als Übertragungsfunktion als diese Funktion hier. Um das mal kurz in Verbindung zu setzen mit den Dingen die Sie bisher gelernt haben das hier wiederum eine Art PD-Regler und zwar wo ist das D also das ist das P hier 40,4 wo ist das D versteckt das ist im Prinzip sowas ähnliches wie ein Lead-Element. Ein Lead-Kompensator im Allgemeinen würde so ausschauen K mal zum Beispiel dieser Wert hier und hätte diese charakteristische Gleichung also das hier wäre unser na wo bist du das wäre unser 1 plus GK gleich 0 Sie sehen das spezielle K das wir wählen hier für uns das ist 40,4 was sich ergibt wir können das auch mal anschauen z.B. auf der Wurzelortskurve oder im Bodeplot Entschuldigung im Bodeplot wird sich das wie folgt ergeben wir haben die offene Strecke das ist 1,2S² sprich wir fallen mit minus 40 dB 1,2S² hat minus 180 Grad Phase das ist die offene Strecke die geschlossene Strecke die wir designt haben mit unserem Beobachter und dem Regler hat diese Charakteristik also wir haben ungefähr die Bandbreite hier von 1,35 Grad und wir haben eine Phase Margin also wie heißt es auf Deutsch die Phasen Robustheitsreserve irgendwie so ja Phasenreserve genau von 53 Grad mit anderen Worten unser Beobachter obwohl wir ihn nicht designt haben unser Regler um irgendwelche Phase und Gain Margins zu optimieren hat eigentlich eine sehr sehr gute Eigenschaft also einen hohen Phase Margin und die Bandbreite ist ungefähr bei 1 was ungefähr bei den Polen des Reglers ist mit anderen Worten die Pole des Beobachters und die Pole des Reglers sind wirklich separiert man kann jetzt diverse Brücken herstellen zwischen was Sie bisher gelernt haben im Frequenzbereich und allem im Zeitbereich zum Beispiel wie folgt hier aber wie gesagt für alle höheren Regelungstechnik Sachen die Sie jemals betrachten werden werden Sie wahrscheinlich nicht mehr in den Frequenzbereich zurückgehen sondern höchstwahrscheinlich im Zeitbereich arbeiten das ist sozusagen die Brücke hier noch ein letztes Thema beobachten Referenzsystem wir können das natürlich jetzt auch alles machen mit einem Integralregler und auch den Zustandsintegrator schätzen oder wir bauen jetzt ein Referenzsystem wie vorher wenn wir jetzt ein Referenzsystem bauen wissen wir brauchen wir einen Vorfilter das heißt das R geht nicht direkt auf die Strecke wir wollen nämlich das R zu Y konfigriert sondern wir filtern das über das Endquer das wir zuvor berechnet haben aber wir müssen diese Information ja auch irgendwie dem Beobachter geben dieses Vorfilters tun wir doch mal eine neue Matrix sein M die als eigenes Beobachters fungieren sollte der Beobachter muss also irgendwie über das M das R erlernen das M müssen wir designen schreiben wir doch mal die Fehlerdynamik also X minus X hat das ist das Epsilon Punkt er rechnet sich nach diversen Manipulationen aus den Nominem-Fehler den wir bisher hatten plus einen Fehler der aus diesem Vorfilter resultiert nämlich GN quer minus M der Fehler ist wirklich dass diese Übertragungsfunktion hier von R durch die Strecke auf den Beobachter und diese über M nicht unbedingt gleich sind wie Sie sehen ist auf einmal die Beobachterdynamik die Fehlerdynamik abhängig von diesem Vorfilter was wir natürlich nicht gerne hätten sprich wir müssen irgendwie diesen Effekt von GN quer minus M rauskriegen und natürlich die einfachste Wahl ist wählen wir doch einfach das M als GN quer sodass sich dieser Fehler hier rauskürzt mit anderen Worten der Beobachter kriegt noch einen zusätzlichen Eingang Eingang ihrer Referenzgröße nämlich GN mal die Referenz und in diesem Fall ja berechnet sich alles wie zuvor als Beobachter ist der nominelle Beobachter plus MR wie Sie wissen MR ist G mal N was man ausrechnen kann als das Ganze als G mal U mit anderen Worten angenommen Sie würden hier direkt das U in den Beobachter reinführen bräuchte sich das M nicht das heißt der Beobachter rechnet sich wie folgt wie zuvor das ist also die eine Strategie wir rechnen direkt das U messen und den Beobachter reinstecken oder die Alternative angenommen wir wollen das U nicht messen sondern wollen das wirklich U ist minus KX hat nehmen diese Funktion hier dann müssen wir aber auch diese Referenz über M ist GN quer hineinführen was die Fehlerdynamik Null ergibt gut das war eigentlich alles was ich Ihnen zu sagen hatte heute haben Sie noch irgendwelche Fragen hierzu wie gesagt die Idee für Regelungs- und Beobachtendesign sehr einfach konzeptuell für den Regler wir wollen ein proportionales Feedback haben U ist minus KX wir können die Poli designen wenn das System regelbar ist für den Beobachter wir wollen einen Simulator bauen stabil den wir konvergieren lassen wie wir wollen wenn das System beobachtbar ist in dem Fall und wir können beide separat zusammenstecken mit anderen Worten Sie können jetzt alle Regler die Sie zuvor gesigned haben im Frequenzbereich basierend auf einer Messung eines Sensors jetzt auch im Zuschussraum designen und nächste Woche werden wir uns anschauen wie können wir eigentlich diese Regler K und L optimal designen bisher haben wir gesagt wir können die Pole irgendwo hinschieben aber wo denn wo ist denn optimal das werden wir uns nächste Woche anschauen vielen Dank ich bin auch da wenn Sie Fragen haben und ansonsten sehen wir uns nächste Woche danke vielen Dank vielen Dank vielen Dank Vielen Dank.